Ich kann euch noch einmal den Jolibit zeigen, der ist super geil. Der ist ganz modern und ist da gebaut. Jetzt bin ich noch an Filmen. Verkehr. Jetzt sehen wir die Rollen. Ich bin ein Velo-Auto. Das ist eine Pesche. Pesche. Pesche mit dem Velo. Nein, es sind ja zwei. Alter, zwei Velo mit dem Verkehr. Pesche, das bist du, oder? Ja. Zuerst einmal, gehst du nicht in die Majorca. Zuerst einmal auf Cebu City Velo-Tour machen. Noch 84 Sekunden ist es rot für Fussgänger. 10 Sekunden aber. Das wäre geil, Mann. 77 Sekunden für den Autofahren.